Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play League of Legends, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil wir gerade ein bisschen weit zurück liegen, 40 Sekunden schon vergangen und ich bin immer noch am spawnen. So, erstmal die Q-Skillen, ich spiele heute Miss Fortune auf der Botlane als ADC. Mein Supporter ist die Lulu, auf der Midlane ist die Zyra, Toplane ist Masa Yi und im Jungle ist Vodivare. Auf der gegnerischen Botlane ist der Fresh und die Sylvia, die Arya ist in der Mitte, Rengar ist auf der Toplane und Hekarim ist auf jeden Fall im Jungle. Jetzt warten wir hier schon wieder, wir tanzen mal ein bisschen. Wir drehen uns im Kreis und lassen unseren Bauch schwingen. Geilen Bauchtanz. Wir warten auf die Creeps. Die Vasallen sind erschienen, sehr gut. Setzen wir mal unsere Denkerhauben auf. Hui. Wie gefallen dir meine beiden Lieblinge? Schrecken und Ehr. Ich könnte einen Dreh gebrauchen? Pass auf, was du sagst, Junge. Sonst findest du dich schneller zu Hause wieder, als dir liebst. So, da kommen die Creeps schon. Da muss ich ein bisschen diskutieren mit der Lulu. Nennen wir es mal diskutieren. Und wir... Ich hasse Fresh. Ich hoffe, der ist nicht so geil. Der letzte, der war ja echt übertrieben krass. Und ich glaub, die Heatbox von der Coder, was es ist, ist extrem groß. Ah, da war ich zu weit entfernt. Ja, wolltest du dich mit mir anlegen, ja? Ne, 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 ne. So schon mal gar nicht. Ich lebe Miss Fortune. Mit der kann man voll gut farmen. Aua. So, mal eben ein bisschen leiser mal machen. Oh, er ist Blut schon vergossen, der Masai. Ah, war knapp. Schade. Toll. Jetzt hab ich das zu leise gemacht. Wow. Mein scheiß Reichleiter ist voll empfindlich. Drehst es einen Millimeter zu weit, ist schon aus. Och, Mann. Menno. Da wollen sie ein bisschen aggressiver gehen, aber das dürfen die gar nicht mal machen. Denn dann kriegen sie schon meine Kuh rein. Zack. Siehste. Na, schade. Nicht zu greedy, nicht zu greedy. Denn das könnte schnell nach hinten losgehen. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Neee. Die hat so Luck. Die hat so fucking viel Luck. Von wem war denn das jetzt der Heal? Ich hoffe nicht von ihr. Ähm. Könnte sein. Ich hoffe nicht. Ich hoffe von Fresh. Eher gesagt, von Sylvia. Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Schön hinter den Creeps bleiben. Dann können wir nicht gehuckt werden. Und der Masai ist schon wieder gestorben. Und Wunibär ist auch da. Das packt da nicht. Schade. Schade, schade. Das war der Heal. Ach so. Okay. Hätte ich jetzt nicht benutzt eigentlich, aber kann man mal so machen. Ich hab dir jetzt eigentlich nichts gegen. Äh. Mehr Farmen. Ah shit. No, jetzt hat der zweite Schuss einen Creep erwischt Ich dachte eigentlich, der zweite Schuss erwischt jetzt mal einen Sham Ist ja wenigstens mal cool gewesen, aber nein Muss die einen fucking Creep erwischen Das sieht momentan echt gut aus, zumindest auf der Bot-Lane Gut gemacht, Lulu Schön gesehen Schlecht gehuckt Das gefällt mir Das gefällt mir sehr Na, shit, den Creep verpasst Egal Na, schade Sie hat mal herausgefunden, dass die meine Crew blocken kann Das ist ein bisschen schade War nicht schlimm Denn wir fahren hier einfach weiter Oh, oh Ich wusste es, ich wusste es Ne, ne, ne Ne, ne, ne Da kam der zweite Heal Also ich werde so langsam greedy, ne So langsam werde ich greedy Langsam willst du haben Wo? Na Kann doch nicht wahr sein Nein Schade, schade Oh Oh Freakles, zu viele Greediness wird mich besiegen Egal Master Yi kommt jetzt Bot-Lane Okay Mal schauen, was Er da macht Ähm BF-Sword Ja, okay Er kommt Gewordet müsste eigentlich jetzt nicht mehr sein Glaube ich Na Schon weg, teleportiert Schade Schade, schade Und dann geht er nach oben Da geht er nach oben Da geht er nach oben No Scheiß, Creeps Schlecht Schlecht Oh Mann Dann blocken mich meine Creeps Das kann echt nicht wahr sein Das kann echt nicht wahr sein Das kann eigentlich echt nicht wahr sein Aber daneben Aber daneben Na Genau Einen falschen Creep erwischt So 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 Geht sich gegen 45 Geht sich gegen 45 Oder so 56 Zehn Creeps mehr Das sieht gar nicht mal so schlecht aus Das sieht gar nicht mal so schlecht aus Schon wieder einen Creep verpasst Der Der Fresh trifft einfach nicht seine Hooks Das find ich gar nicht mal so schlimm Das find ich gar nicht mal so schlimm Sondern eher gut No, dann kam der letzte Hit da noch Jetzt kommt gleich wieder ihre Kuh Das sieht man Na Alles klar Den machen wir jetzt auch noch ganz schnell Ne, schaffen wir nicht mehr Egal Wegrennen hätte jetzt nichts mehr gebracht Aber sie macht den hoffentlich noch Komm schon Mach den Komm schon Nice Gut Nice Schön gemacht Super Ähm Die Pickaxt brauche ich jetzt Dann brauche ich noch Einmal das Ding hier Komm schon Komm schon Dauert nicht mehr lange Eben was trinken So So Ähm Dauert Ähm Klinge Und dann kommen gleich die Boots Turm wurde zerstört Sehr gut Ähm Sivi hat 010 Oh Und sie hat mir sogar den Kill gesteelt Die, äh, Lulu Schade Darauf stehe ich Deswegen hab ich nur 012 Und bin dafür ein bisschen im Vorsprung Mit dem Farm und den Assists Schade Den Kill hätte ich gerne gehabt Aber macht man nix Oh Sie will wieder direkt volles Risiko angehen Kann sie gerne haben Oh, da hat er mich das erste Mal gegrabt Ich will, ich will nicht, ich will nicht Na, schade Scheiße War jetzt nicht so geplant wie eigentlich geplant War jetzt nicht so gespielt wie geplant So würde ich sagen Na, schnell Nein Nein Schon wieder eingehittet Scheiße Das wollte ich doch nicht Das wollte ich doch nicht Na, jetzt kommt gleich der Hook Jetzt kommt der Hook Genau Oh, dann hat er mich gewischt Scheiße Und hier oben ist Rengar Und hier oben ist Rengar Ich geh mal ganz schnell zurück Weil ansonsten wär das einfach noch ein Kill Ah, er muss da ganz schnell weg Ansonsten stirbt er auch noch So So, ähm Boots Dann kommt da Blutdörster Oh, ich hab die Pick-Axt falsch gekauft Egal Kann man jetzt nix machen Bitte nicht sterben Na, okay Dann geh ich halt Bord Geh schneller lauf, 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 hu 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 Okay Er ist weg Der Tower ist weg Der Tower ist weg Gib mir irgendwie movement speed Bitte Movement speed Alter Alter Vater Junge, Junge, Junge Ich weiß Mach doch sowas nicht Alter Meine Güte So, Pick-Axt Ähm Ja, das wär echt Falsch gekauft Egal Macht Nee So schlimm war das gar nicht gekauft Brauch ich ja hinterher doch noch Boah, okay, ähm Sevilla hat 0,1,4 Ich hab 1,1,2 Ich glaub wir müssten jetzt so ungefähr gleich sein Ich glaub ein Kill bringt so 300, 400 Gold und ein Assist bringt so 150 oder so Brauchen wir so lange, so sanken, blööö Langsam mal Drake Ah, der ist ja schon weg Hm Wir fahren hier Farmen hier mal ganz gemütlich Uh, da oben wird gekämpft Ah, das wollte ich gar nicht Da war mein Finger wieder falsch Ja, okay Da kann ich jetzt nicht mehr helfen Das ist eigentlich vorbei Ah, schade Okay Dann kommt jetzt der Tower hier Kommt schon Die mach ich in einem Bitte Ja, das sieht gut aus Das sieht gut aus Super gemacht Oh, da oben kommt Renga Oh, 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 okay Der dachte ich eigentlich, der Renga wär' nicht so hart Aber der ist doch ein bisschen härter als gedacht Egal. Egal! Trinken! Ja, okay, mit 8-4. Hätte man es sich eigentlich denken können. Komm schon. Dann kann ich den Blutdürster dann auch mal kaufen. Und dann kommen die Berserker. Blutdürster, bitte, 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 bitte. Alles klar. Und dann kommen die Berserker. Ich glaube, ich muss mal Bot gehen. Bot hier. Der farmt da, er farmt da. Oben ist alles frei. Jetzt nicht mehr. So. Unten ist jetzt keiner mehr. Sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen. So, nochmal ein bisschen farmen. Das tut einem immer gut. Und deswegen machen wir es auch. Gut, da kommt gerade voller Teamfight. G fiedet sich ein bisschen hoch. Das ist ganz gut. Jetzt komme ich auch mal dazu. Dreifach Tötung. Ah. Okay, ich kann da jetzt eigentlich nichts mehr machen. Schade. Ich darf hier jetzt mal eben noch ein bisschen. Ja, was willst du machen, hä? Was willst du machen? Was willst du machen? Ich will ein Zeichen setzen. Fertig. Lass uns Drake machen, bitte. In deinen Augen leuchtet die Gefahr. Darauf stehe ich. Das war so klar. Das war doch so klar. Halle auf die Krabbe! So, äh, Drache weg. Sehr gut. Erste Drache. Bei Minute 20. Ja, das ist okay. Und dann kommt er mit Tower jetzt. Komm schon. Okay. 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 Immer wieder die Kuh reindrücken. Das ist immer cool. Komm schon. Na, jetzt hat es diesmal ein Creep getroffen. Na, hier haben wir kein Ward. Das müssen wir mal eben abändern. Das hasse ich. Ja, 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 ja. Ich hol mir mal eben Red. Weil wenn wir jetzt all da nach oben gehen, bringt es auch nichts. Eben Red Bar Fallen. Ja. Alles klar. Sehr gut. Okay, dann gehen wir wieder Mitte. Ich weiß, was ich tue. Da kommen so alle. Oh. Ganz viele Ultis aktiviert. Ganz, ganz viele. Ich habe ein gutes Gefühl hierbei. Mal eben hier die, die Raben oder was sind, Vögel hier holen. Und dann geht es weiter. Weiter, 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 weiter. Auf geht's. Auf geht's. Komm schon. Macht was. Es ist langweilig. Bitte, bitte, bitte. Komm schon. Ich könnte jetzt zurückgehen. Aber ich habe keinen Bock. Drake kommt in zwei Minuten. Kein Problem. Ah, oh, juckt. Mann. Mann. Ist viel zu langweilig. Komm schon. Mehr Action. Ultis aktiviert. Ah, nächstes Ultis aktiviert. Von hinten kommen sie auch. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Ari ist da, Ari ist da, Ari ist da. Sehr gut. Schnell den Tower machen. Schnell den Tower machen. Sehr gut. Eben noch so weit pushen, wie es geht. Und dann zurück teleportieren und kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Los, den Tower noch. Und wenn es geht, den Juidtower noch. Und wenn es geht. Na, ne. Klappt nicht mehr. Okay. Klappt nicht mehr. Ah, ne. Das wird nach hinten losgehen. Das wird nach hinten losgehen. Bitte nicht. Bitte nicht. Sehr gut. Jetzt schreit mich die eine an. Die Ferien laufen super. Danke für die Nachfrage. Okay, da hätte ich nicht helfen können. Weil ich auch keinen Mann mehr habe. So, Blutdürste habe ich. Berserker kommen jetzt. Berserker. Danach kommt Trinity. Trinity, Trinity. Wo ist Trinity? Da ist Trinity. Sehr gut, Trinity. So. Geil, O-Matico. Ich laufe schon. Erstmal was trinken. Können. Der Tower wird es, glaube ich, nicht überstehen. Ja, fuck. Doch, wird er. Wird er. Geil. Geil, geil, geil. So, 173. Eine Wave noch. Und dann gehe ich wieder zurück. Weil ich weiß ja momentan nicht, wo die Gegner sind. Und dann gehe ich wieder zurück. Ich weiß, was ich tue. Segel setzen. Wir gehen einfach mal Volleyball entherher. Ah, nee. Nice. Na, ich hätte ja hier nehmen können. Aber ich glaube, es hätte nicht so viel gebracht. Renga ist da. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe dann auch endlich mal wieder einen Kill gemacht. Wow. Unglaublich. Dann gehe ich jetzt mal eben wieder zurück. Und komme mit Trinity. Ups. Wiss ich. Darauf stehen wir zur Wahl. Und wie sieht es aus? Er läuft weg. Er läuft weg. Da wird er gekämpft. Er läuft weg. Er kommt. Kommt er weg. Ich muss von ihm kaufen. Kommt er weg. Ja, das sieht gut aus. Nein, er kommt nicht weg. Okay. Okay. Dann eben nicht. So. Als nächstes kommt dann Last Whisper. Letzter Atemzug. Und diesmal werden wir es so machen. Mit den Folgen. Und der Folgenlinge. Es wird nicht mehr so sein. Na, sie hat mich betört. Keine Ahnung. Es wird nicht mehr so sein, dass die in zwei Folgen aufspeedte. Wenn die so lang sind. Sondern nur noch eine Folge. Weil ich habe von bestimmten Personen mitgekriegt, dass das nicht so toll sein soll. Danke für das Feedback. Und irgendeiner hat mir jetzt geschrieben. Geil, ne? So muss das. Nein. Achso, Woldi, wer ist da? Alles klar. Oh, oh. Nein. Und Hikarim kommt auch weg. Das kann ich gehoffen. Das ist doch gut. Hier in der Mitte sollte vielleicht eine Defendation. Diffen, Diffen, Diffen. Hier. Na, ich sollte vielleicht hinterherrennen. Nicht einfach nur zugucken. Habe ich gerade gesehen. Ich stelle da einfach nur in der Mitte rum. Und von hinten kommen die jetzt alle. Äh, Drake wird nicht da sein. Okay. Ist dieser, diese Krabbe hier. Wow. Oh mein Gott. Toll. Das war ja ganz toll. Achtung, Achtung. Da kommt dem, Achtung. Okay, das sieht gut aus. Ah nee, jetzt neckt der andere ab. Ich komme mal entgegen, ich komme entgegen. Ich komme, mach Ulti bitte, Ulti, 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 Ulti. Mann. Nee, 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 verpiss dich. Du kannst mein Finger den Blue haben, aber mich dafür nicht. Ich wusste es, ich wusste es. Ich wusste es. Wieso laufe ich jetzt da hin? Wieso? 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 Könnt ihr mir das sagen? Könnt ihr mir das sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nichts. Nichts, nicht, nicht, nicht. Ich laufe! Ich laufe! Der Mini-Hatsch, scheiß Wasserji, ich krieg durch dich keine Kills mehr. Schneller, beeil dich, los, ja die kriegen wir, komm schon, ich bin der Viech da. Nein, pick mich nicht raus, bitte! Nein, ich muss da vorne hin, ich muss da vorne hin, nein! Jawohl! Ich bin noch einen abgesnackt. Und da kommt der Rengar. Und die Sevilla, Sevilla! Und der Rengar! Aids! Wir haben einen Aids gekriegt. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen Aids! Und da haben die Gegner aufgegeben und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und bei dieser Folge auch wieder Feedback geben, ein Bild, ein Guide und ein Champ oder so raussuchen, den ich spielen soll. Und, äh, Kommentar, Like und Abo dalassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein! Ciao! Ciao! Ciao!